Hallo, ich zeige euch heute wie ihr euer Rack zusammenbauen könnt. Hier sind die vier Einzelteile, die zwei Seitenteile. Die Vertiefung müssen immer nach außen zeigen für die versenkbaren Schrauben und die Halterung, wo nachher die Geräte raubkommen. Und dann braucht ihr noch einen Kreuzschraubenzieher und das wäre es auch schon. So als erstes werden wir erstmal die Schrauben nehmen und erstmal die Teile miteinander anheften. Also erstmal nur ganz leicht miteinander verbinden. Die Löcher sind alle vorgebohrt. Wenn ihr das Rad fast fertig habt, dann beginnt das Ausrichten. Dabei ist entscheidend, dass ihr die Schrauben erst dann richtig fest zieht, wenn ihr die einzelnen Teile fest auf die Unterlage drückt und dabei die Schrauben anzieht. Und oben genauso. Und dann wackelt auch nicht. Und so könnte dann euer Rack aussehen, wenn es sattig ist. Und dann geht's. Und dann geht's. Und dann geht's. Und dann geht's.